Neulich sagt ein Kunde zu mir, Uwe, dein Verkaufstraining, das ist aber ganz schön teuer. Was, wenn ich dich heute buche und meine Mitarbeiter sowieso in ein paar Wochen wieder kündigen? Da musste ich ein bisschen schmunzeln und habe dann zu ihm gesagt, jetzt stell dir doch bitte mal vor, du buchst mich tatsächlich nicht und deine Mitarbeiter bleiben. Das wäre dann wirklich teuer. Hallo, mein Name ist Uwe Bothe, ich bin Sales Trainer, Experte für Kundenkommunikation und Buchautor. Wenn du oder deine Mitarbeiter Produkte oder Dienstleistungen am Telefon verkaufen, dann weißt du, dass der Vertrieb deine wichtigste Aufgabe ist. Egal ob selbstständig oder als Unternehmer. Mitarbeiter, die nicht performen, kosten richtig viel Nerven und vor allem auch Geld. Gerade in disruptiven Zeiten, wie wir sie aktuell haben. Kosten wie Energie und Löhne, die steigen auf der einen Seite und die Kaufbereitschaft, die sinkt. Und diese Lücke schließen wirklich nur Top-Verkäufer und Top-Verkäuferinnen, die wissen, was sie tun. Wer hier mit Lösungen von gestern arbeitet, der schaut in den Rückspiegel, statt durch die Windschutzscheibe, der läuft hinterher, bis er den Anschluss verliert. Zudem ist der Vertrieb in deinem Unternehmen der einzige Bereich, in dem Geld verdient wird. Jeder andere Bereich, der kostet nur. Ziel muss es also sein, dass du oder dein Team maximal gut darin geschult seid, wenn du in der Königsdisziplin am Telefon verkaufst. Dann musst du nämlich möglichst viele Neukunden im Erstgespräch gewinnen, um damit deinen Umsatz planbar zu steigern. Und da ein sehr gutes Verkaufstraining schnell mal 3.000 bis 5.000 Euro pro Tag kosten kann, sparen sich viele Selbstständige und Firmen diese Investition, weil sie es nur als Kostenfaktor betrachten. Ein gutes Coaching kostet aber nichts. Es bringt stattdessen etwas. Das haben viele Entscheider nur nicht erkannt und schrecken vor dieser Investition zurück. Die setzen dann entweder auf günstigere oder dubiose Angebote oder machen noch, was noch viel schlimmer ist, einen guten Mitarbeiter, der gut performt hat zum Coach, in der Hoffnung, der kann das anderen auch beibringen. Und das geht meistens nach hinten los. Doch in Zeiten der Digitalisierung ergibt sich eine Riesenchance, diese Lücke qualitativ, hochwertig und gleichzeitig preisgünstig zu schließen. Leider schlafen viele Firmen und auch Selbstständige dennoch weiter. Wusstest du nämlich zum Beispiel, dass laut einer aktuellen Umfrage gerade mal, das ist unfassbar, 6% der Unternehmen im deutschsprachigen Raum Digital Leader sind, also Firmen, die digital gut aufgestellt sind. Etwa 40% der befragten Unternehmen gaben zudem zu, dass sie der Meinung sind, die Digitalisierung verschlafen zu haben. Jetzt kommt es aber noch schlimmer. 60% der Firmen sind sich dessen gar nicht bewusst. Also wenn du ein Unternehmen hast oder selbstständig bist, dann kommst du um das Thema Digitalisierung nicht herum. Wenn du Bereiche wie Recruitment, Coaching, Einarbeitung und Weiterbildung nicht digitalisierst und vor allem auch automatisierst, dann wirst du in den kommenden 12 bis 24 Monaten den Anschluss an diejenigen verlieren, die erkannt haben, dass dies nicht nur die Zukunft, sondern längst Gegenwart ist. Und mit dem Secrets of Sale Club bieten wir dir ein Verkaufstraining an, bei dem wir die vertriebliche Ausbildung von dir und deinem Coach und Sales Team digital und automatisiert übernehmen. Es ist das 1 zu 1 Abbild meines Erfolgstrainings, das ich die letzten Jahrzehnte in Präsenz immer weiter perfektioniert und auch modernisiert habe. Es ist die bislang beste Version, die wir je davon hatten. Du kannst es zeit- und ortsunabhängig einsetzen, im Büro oder im Homeoffice, ganz egal, Coaching, wann und wo du immer willst. Und Secrets of Sale ist dynamisch, das bedeutet, alle 3 bis 4 Wochen bekommst du ein Update. Das Ergebnis davon ist, erfolgreiche Verkaufsgespräche, mehr Neukunden und Umsatz im Erstgespräch, zufriedene Mitarbeiter, die länger bleiben und Kunden, die langfristig bei dir kaufen und dich sogar weiterempfehlen. Entscheide also heute, ob du zu den unter 10% der Digital Leader gehören, willst die mutig vorangehen und die Zeichen der Zeit längst erkannt haben. Schau dir den Secrets of Sale Club auf meiner Webseite gerne an. Ich freue mich auf dich, dein Uwe. propon Driessen, dein Uwe. kein Uwe. cred는,